Musik So ihr Lieben, moin moin! Wir sind mal wieder am durchstarten, genau! In Zelle sind wir jetzt gestartet und fahren jetzt nach Hannover. Und wir müssen es schaffen in 41,13 Kilometer. Ja! Wir sind gar nicht so verkehrt, ne? Wir sind schlecht. Ne, wir sind gut. So, da müssen wir nachher auch aufpassen. Wir kommen nachher in diesen Abschnitt wieder rein, kurz Hannover, wo unsere Schaltung aussetzt. Das heißt, dann müssen wir wieder manuell fahren und müssen dann geschwindigkeitsmäßig vom Gas. Sonst kriegen wir richtig Schwierigkeiten. Meine Katze hat sich jetzt gerade in mein Bett gelegt. Wir haben ihn immer gespannt, wie das mit den Orkanböen jetzt hier so weitergeht. Also, haben wir ein bisschen was vorausgesagt hier für die Nazi-Küste. So, dann ist er halt in Hannover. Ach, sieht er doch nicht. Dann haben wir da was vergessen, ne? Warum sagt er denn nix? Piep! Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie alle neu zugestiegenen Fahrgäste in den ICE 787 von Hamburg nach München-Nöwer, Harburg, Lüneburg, Uelzenzelle und Hannover. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in Hannover das Zugpersonal wechselt. Sprich, dann bitte alle Fahrgarten bereithalten, etc. Voraussichtliche Ankunft in Münster in Hannover ist um 11 Uhr und 23 Minuten. Plus eine Minute haben wir, glaube ich, die Verspätung. Aber das sollte nicht das Riesenproblem sein. Sie bekommen alle ihre Anschlusszüge und der Zug wird dann vom anderen Personal übernommen. Voraussichtliche Ankunft in München 15 Uhr und 44 Minuten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise in Ihrer Lokführer. Es ist wie immer Geoffrey Miles und wir bedanken uns und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ich bin gut, ne? Eigenlob stinkt. Ja, ihr müsst aber was in den Kommentaren schreiben. Schreibt es einfach drauf da. Ich gehe heute in den Zugang zu sagen. Nein, die sind so scheiße. Ey, das kann die Batsch haben. Kann die Batsch haben. Bäh. 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 Noch sind wir unterstützt. Aber wir werden vorher rotes Licht und eine Warnleuchte bekommen. Dass wir dann nicht mehr unterstützt werden ab und ab und ab bis zum Signal. Das heißt dann für uns, dass wir ja dann selber ein bisschen aufpassen müssen. Sollten wir schaffen, oder? Aber auch klar. Die kriegen alles hin. Ja, wir erschaffen das Bob, der Meister. Super. 31 Kilometer noch. Und dann hat der Gio eine Pause. Eine Gio-Pause. Genau. Ja, Mensch. Ich weiß nicht, ob ihr den Landwirtschaftssimulator mitgekriegt habt. Auf jeden Fall eine super geile Sache mit viel, viel, viel Lachkrampf. Und, äh, ja, das Neujahrsspringen kommt dann jetzt, ich denke mal, ab morgen, glaube ich. Und dann könnt ihr bei meinem Landwirtschaftssimulator das Neujahrsspringen Masken schwimmen, äh, springen. Schwimmen, springen, man sehen. Und das wird bestimmt lustig. Also, ich hab mich schon gebogen vor Lachen. So. Und ich empfehle euch das, guckt euch das an. Ich sag ja, ab morgen, ich nehm ja heute auf. Man, diese Sendung erscheint ja schon ab. Ja, ich vergesse immer, dass ich vorproduziere. Lol. Dann wäre ich ja YouTuber produziert wie ich vor. Weil das ist Wahnsinn, ähm, jeden Tag ein Video zu drehen. Das hab ich ja schon mal erklärt. Das würde ich gar nicht schaffen. Weil dann ist da ein richtiger Zwang hinter. Und wie ihr wisst, mach ich das ja nicht hauptberuflich, sondern wie so andere Leute. Ähm, sondern ich, äh, mach das als Hobby nebenbei. Weil mir das einfach Spaß macht. mit euch so ein bisschen zu kommunizieren, vielleicht. Mal mehr, mal weniger. Dann wollen wir noch mal gucken. Ja, wir haben noch ein paar Kilometer haben wir noch. Ja. Das heißt, wir sind jetzt doch, äh, also bis kurz vorm Bahnhof sind wir unterstützt. Also kurz bevor wir nach Hannover reinfahren. Ich glaube so fünf Kilometer vorher. Und dann, äh, müssen wir also schön aufpassen. Sonst gibt's das richtig Mecke. Ja. 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 Es gibt richtig bösen Punktabzug und den wollte ich mir jetzt mal nicht erlauben. Sondern wollte einfach mal versuchen, ein paar Punkte dazu zu bekommen. Weil das müsste ja später in der Auswertung steht, dass ja dann alles drin, ne? Die wisst schon. ein Intercity. Ah, jetzt sind wir auch schon mal runter, der bremst hier. reinmal nach 20 Kilometer. Wunderschön. Geht doch. Geht doch alles. Aufmerksamkeit steht man die Zeilen sind relativ klein. Da muss ich auch ein bisschen genauer gucken. Also für mich sind sie klein. Höh. Das gefällt mir dann in der Ray-Leon-Lock wieder besser. Dann kann man das besser lesen. Kriegen wir alles hin. Allgut. sind immer noch 17 Kilometer. Immer nach meiner Geschmiedlichkeit von 156. Dann mal. So ganz so schlecht sind wir gar nicht, oder? Dürfen immer noch 165 fahren. Also 155 fahren wir gerade derzeit. Sind auch immer noch 14 Kilometer bis dahin. So ihr Lieben, und weil das jetzt nur noch 14 Kilometer sind, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Sendung und dann ist das der Endspurt. Dann würde ich sagen, tschüss, bis morgen. Oder wie das heißt. Haltet euch Mund her.